Nix da. Pupp mit nix da. Pupp, du bist jetzt 30 Jahre alt und elektrisch alt. Du wirst doch wissen, was das Techno ist. Das ist nix, ne? Was ist das denn? Baton oder was? Teleskop-Baton. Na, nein. Gut. Ja, also hinter uns ist das Field. Da müsste irgendwie in die Richtung, müsste irgendwo eine Straße sein. I love you hinterher. I love you. Eine Grille. Hör mal, die Grillen. Oh, ich riech nix. Auf Grillen hätt ich jetzt auch Bock. Ja, ich hab grad die Info bekommen, dass es in nicht allzu ferner Zukunft in meinem Magen Schinken-Nudel-Krater geben wird. Hm. Das ist auch nicht schlecht. Backofen vor so will. Ja. 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 Ähm. Was ist das da vorne? Weiß ich nicht. Eine. Straßensperre. Stopp. Halt, stopp. Hör mal da rein. Oh. Oh. Ich seh' aber. Das sieht kaputt aus. Naja. Ziemlich kaputt. Also so, ganz kaputt. Ich glaub der geht nicht. Nee. Der Reifen sieht voll traurig aus. So. So, ich will jetzt aber mal noch hier rüber gehen. Mal gucken mal hier. Hat bestimmt Eintritt genommen oder so. Lass mich doch mal ein bisschen rumspinnen. Stopp. Hör mal da rein. Da ist nur ein kaputtes Auto. Du. Wir sind auf der ewig währenden Suche nach einem Auto. Ja. Wir haben mal eins gefunden und da hat einfach was gefehlt. Tja. Irgendwann finden wir schon noch eins. Sind Sie sich da wirklich sicher? Ja, da bin ich mir schon fast ziemlich sehr sicher. Ähm. Worüber ich mir nicht so sicher bin, ist die Strecke, die wir gehen wollten. Ich find nämlich die Straße nicht. Und lass mal da drüben in die Scheune gehen. Länges Kurve machte Tiere eigentlich nirgendswo. Nirgendswo. Aber Zivilisation ist ja ein bisschen, ne? Auf zum Atem. Och, Junge. Oh. Ne Scheune. Kennst du das noch? Ja. So, Beine brechen und so? Ja. So, ich guck mal grad, wo wir hier sein könnten. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. runter. Und dann ist da halt eine Kreuzung, ne? Mhm. Und an der Kreuzung geht's, wenn wir da rechts gehen, geht's nach Wybor. Und wenn wir nach links gehen, nach Cabanino. Mhm. Dann gehen wir nach rechts, würde ich sagen, ne? Nach Wybor. Nach Wybor, ja. Ja. Wäre ich jetzt auch für gewesen. Bist du am Trinken? Ja. Ja, ich bin ja auch nicht weit weg. Ich sehe dich. Jetzt aber nicht mehr. Doch, da oben bist du. Fireplace. Ich sehe dich. Eine Feuerstelle? Ja. Kannst du Feuer machen? Ihr habt kein Zeug dafür. Ein Zeug? Boah, ist der Mann nur sich... Kann ich das mitnehmen? Äh... Die Fireplace? Ich glaube, ja. Aber wohin damit? Ist das irgendwas mit zwölf Plätzen? Boah! Ich weiß auch nicht, wie das aussieht. Also, wenn du hier stehst... Ja. Dann... Ich glaub, das ist nur so ein Haufen Asche. Nee, ist es glaub ich nicht. Ich hatte mal ein Fireplace. Das hab ich dann aber irgendwie verloren. Na, hoff nicht verloren. So. Wollen wir? Ja. Ja. Straße vollen. Boah, Straße vollen? Ja. Da Straße vollen. Wir könnten doch abschürzen, ne? Wenn mal so ein bisschen halt schon da rüberlaufen. Ja, gut. Mach du mal. Nee, ich will das nicht. Na gut. Da ist das Pond. Da... Ja. Oh, da nutze ich doch gleich mal die Gelegenheit. Ja. Nicht ins Wasser laufen. Ach, bist du denn... Idiot. Mach mal hier die... Ich kann nicht trinken. Die Dings voll. Ein Filze-Kantin. Wie kann ich hier nicht trinken? Ich trink... Ich trink da mal was. Ja, du bist auch reingelaufen. Mann. Jetzt bin ich healthy. Komm, trink noch einmal. Dann geht's gut. Ich trink jetzt aus deiner Flasche, weil du vor dem Pond stehst. Ja. Ich kann nicht trinken aus dem Teil. Spielerhaushalt verliert Verbindung. Haushalt. So, nimm mal die Hand. Knie dich mal hin. Phil Bottle. Dankeschön. Ah, ja. Jetzt seh... Ja, genau. Jetzt seh ich auch, wo wir sind. Okay. Now I see. Now I see what you mean. Nicht hin rückwärts. So. Warum bist du denn damp, ey? Ja, weil du ins Wasser gelaufen bist, genau wie ich. Ich bin... Arsch bin ich da reingelaufen. Da war ich eben noch mehr drin, oder bin ich nicht nass geworden? Am Arsch, die Waldfee. Oh, da sind zwei, da sind zwei. Fuck. Hast du gesehen? Ja, ich hab sie gesehen. Ich hab Knifft in der Hand und ich werde da wegschießen, wenn ich die seh. Ich auch. Oh, meine Pumpe. Jetzt schon? Ja. Das sieht gerade selber nix. Nee, ich kann sie nicht mehr sehen. Ich wollte schon sehr erst sagen, so vom Weg, aber wie weit bist du denn schon weggelaufen? Erstmal hab ich den zweiten gesehen, aber war mir sicher, das ist nicht der Dominik. Jetzt fängt's an zu regnen. Nee, ich seh die nicht mehr. Schon halt. Gut. Am Pond sind sie nicht. Am Pond sind sie nicht. Scheit. Mist. Binoculars. Was sind die Binoculars? Nee. Auch mit den Binoculars seh ich niemanden. Ich möchte eigentlich jetzt ganz ungern hier weggehen, weil es ist überall offen. Mh. Mhm. Ich seh niemanden. Ich höre niemanden. Das steht hoch. Ah. Wie sieht es, dass die da unten in dem Wasserrohr sind oder so? Hm. Spannung. Ja. Voll die Stille, ey. Ich hab keine Ahnung, wo die hin sind, ey. Bisschen. Weißt du des Wahnsinns? Ach. Ich wollt grad sagen, hast du einen gesehen? Stattdessen. Meckert's dir nur, dass er aufgestanden ist. Ja. Nee. Vielleicht haben die uns auch gar nicht gesehen. Wir sind einfach die Straße hochgelaufen. Ich lauf mal da drüben zu dem Busch. Schnell. Möchtest du jetzt mal bitte deine Hand in die Waffe? Ja. 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 Danke schön. Voll die Spannung zerstört. Ich hab genossen. Genießt. Wo bist du? Ich bin im Gras. Ich seh dich. Du läufst auf mich zu. Ach da. Okay. Wie kriegst du rum? Ich glaub, die sind einfach weggerannt. Ja. Ich glaub, die haben uns einfach gar nicht gesehen. Ja. Auf jeden Fall bin ich nass. Jo, ich auch. So. Wo wollten wir noch mal? Äh, nach Wibor. Wir wollten irgendeine Straße runter. Na, da ist der Pond. Okay. Ich schätze, da drüben ist die... Ja. Soll man da hin? Ja, aber rennen, ne? Aufrecht. Ich werfe immer mal einen Blick über meine Schulter. My body feels wet. Ja, meine auch. Ah, ich bin nass. Hat es gerade geblitzt? Weiß ich nicht. Ich hab nach hinten gedruckt. Könnte auch ein Sonnenstrahl gewesen sein, der mich geblendet hat. Määhähähäähä. Määhähähähäh. Mein suppose ist wrapped. die haben uns bestimmt nicht gesehen ist man muss ich hätte erschossen hätten was schön looten können hier gibt es zwar viel mut aber halt kein geldes da war der server auf dem er als erstes bist du links oder rechts rumgegangen als du raus bist ich bin ach da hinten bist du ja wo man da in die fabrik rein und jetzt ist hier wieder im legen